Moin Leute, FXNOSKIN hier und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ratchet & Clank. Heute werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt, das Ganze mache ich übrigens live auf Twitch, deswegen, wenn ihr das nächste Mal mit dabei sein wollt, folgt mir auf Twitch, Links in der Beschreibung und jetzt sehr viel Spaß mit dem Video. So, let's go. Auf zum Raumschiff und dann hinterher, wir müssen Clank wiederfinden. Oh ne, das ist jetzt der Bösewicht. Was ist das? Oh mein Gott, ich hab meine... Ich hab jetzt... Was hab ich grad gesagt? Was ist passiert? Ich hätte ihn doch jetzt einfach eliminieren können. Das ist jetzt ein Problem, jetzt müssen wir weg. Okay, Leute, weg, 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 lauf. Die sehen sich ansatzweise hinter mir. Sehr schön. Ach, das ist jetzt das Raumschiff, was wir nutzen können. Wir haben es schon geschafft, das ging jetzt ja entspannt. Achso, doch nicht so entspannt. Ich hoffe, ich bin irgendwie trotzdem nicht. Passwort, bitte. Passwort. Passwort, Leute, was nehmen wir? Passwort FX Snowskin. Tipp FX Snowskin. Ich bin der Imperator, ich kann dich auch einfach vernichten. Okay. Oder so. Wie soll ich denn jetzt das andere Raumschiff wiederfinden? Das sind doch jetzt Stunden getrennt voneinander. Achso, ich weiß nicht, auf welchem Planeten sie sind. Oh. Ja gut, aber ein Planet ist jetzt immer noch nicht. Wenn man jetzt sagt, der ist auf dem Planeten Erde, ist es trotzdem nicht so einfach, die Person zu finden. Ach, das ist Clank. Der versucht der anderen Frau das beizubringen, aber sie glaubt er entscheidend nicht so richtig. Du musst mich echt für selten dämlich halten. Pass auf. Mord? Was ist los? Oh, wow, wow. Was ist jetzt los? Okay. Die werden angegriffen. Der Clanker hat gerade versucht, dir das zu erklären, aber sie glaubt ihm nicht so richtig. Okay. Der war doch lieb, oder? Der sah aus wie so ein lieber Pflanzedinosaurier. Ja, der fliegen kann. Auf jeden Fall mein Wadget besser. So, let's go. Spiele ich jetzt die Frau? Ey, die muss safe... Oh, ich spiele die. Was hat die für Waffen? Blastet. Die hat genau die gleiche Waffen. Was soll das denn? Die muss doch andere Sachen haben. Die ist so langweilig. Okay. Gelatoniumfabrik. Aha. Ja, denen würde ich auch helfen. Vielleicht kriege ich ein bisschen was ab vom Tenantodium. Oh Gott. Vom Tenantodium. Was ist das jetzt? Das sind die Bösen. Das sind die Bösen. Da ist wieder unsere altbeliebte Sache. Kann ich irgendwas kaufen? Lass mich was kaufen. Ja. Was kann ich kaufen? Mr. Partyblitz. Aha. Die erfährt jetzt was von uns, weil wir was gekauft... Das heißt, ich hab das ganze Geld verdient. Und die kauft sich jetzt davon was. Oh mein Gott. Guck mal, wir haben vier neue Waffen, ne? Ne. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf neue Waffen. Aber eine ist erst bald erhältlich. Die sind richtig teuer, ne? Ach, da sieht man noch Reichweite und so. Wart mal. Lass mal bei uns checken. Ja, unsere sind alle nicht so gut. Wir haben noch keine richtige Fähr... Ich will ne richtig... Ja, die Blastpistole hat schon ne gute Reichweite. Ich will nur ne richtig krasse Sniperwaffe, will ich. Oh Gott, ich werfe mit Bomben. Ach so, die sind lieb. Wart mal. Vielleicht sollten wir doch aufhören mit Bomben auf die zu werfen. Wir nehmen den Vollstrecker. Immer ne Pump in der Hand haben, falls was passiert. Okay, vielleicht nehmen wir doch die Weitkampfwaffen. Die sind nämlich Weitkampfkämpfer. Weg mit dem. Oh, die sind gut, die sind gut. Die sind richtig gut. Wir kämpfen uns immer weiter vor. Weg mit denen. Okay, ja, die haben gar keine... Guck mal, wie die... Die kommen da gar nicht raus. So, oh. Hier ist ne andere Dimension, oder was? L1, Spalt öffnen. Aber will ich den öffnen? Wo geh ich jetzt hin? Da steckt mehr dahinter. Wir sind in irgendeiner crazy Dimension. Okay. Aha. Versteh ich nicht. Warum brauchen wir einen Flitzkäfer? Nest öffnen. Okay, da sind sie. Ich nehm ihn. Ich kann auf dem Fliegen. Ah ne, hier drauf fahren. Okay, wo muss ich denn hin? Ich denke, ich muss ihm folgen. Oh mein Gott, das kann nicht so einfach, das zu lenken, Leute. Aber wir nehmen die Munitionskisten mit. Die Schnecke ist vielleicht nicht so früh, wenn wir durch jede Kiste rauschen, die wir sehen. Aber wir brauchen Munition, das wird ihr schon verstehen. Außerdem gibt es, glaube ich, auch Geld. Oh, nächste Kiste, ein Patz. Okay, das sieht nach dem Ende aus. Ein Tempo-Schub. Let's go! Boah, wie schnell wir waren. Okay, wir sind wieder... Ich glaube, wir sind wieder in unserer alten Dimension. Los, nee, mach. Let's go, hinterher hier. Wir nehmen wieder so einen Tempo-Schub mit. Ballern durch die Höhle. Oh, ich will so eine Rampe mitnehmen. Hier. Durch die Munition. Oh, ausweichen, ausweichen. Oh, no. Das war's. Fließkiffern lässt Ort finden. Oh, nein. Wir müssen jetzt ein neues Nest finden, weil ich gegen die Ding geknallt bin. Blabiert. Ach so. So, okay, wir sind wieder da, Leute. Ich habe keine Verspätung. Wir hatten ein paar Probleme. Aber wir sind wieder da. Okay, jetzt sind wir bei der Fabrik, Leute. Endlich. Du hast ca. 9,5 Sekunden, um uns zu verraten, wo sie sind. Eins. Ein kleinen Moment mal. Aha. Ein kleinen Moment mal. Ja, los jetzt. Attacke. Spring doch. Steht sie da so rum. Siehst du? In den Rücken. Wir fangen an mit den Schmetterbomben. Ich sage die Wahrheit. So, hier. Attacke. Das sprengt zwar die Hälfte der Fabrik hoch, aber Verluste gibt es immer. Hier. Batz. Batz. Weg mit denen allen. Jetzt nehmen wir die Schrotflinte in die Hand, würde ich sagen. Und suchen die Gegner. Oh, da oben ist einer, oder? Oh, hier sind Hunde. Sehr gut, dass wir Schrotflinte haben. Direkt in den Nahengriff. Rein hier. So. Keine Hunde mehr da, doch. Noch ein paar, aber jetzt nicht mehr. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Ah, da ist einer. Ein Hund ist noch da. Aber vor allem ist hier jetzt einer mit Klinge, aber da ist unsere Schrotflinte. Perfekt. So, weg mit euch. Der hat auch noch ein Ding. Nur noch zwei Schuss. Das reicht genau für eine Person. Und du wurdest gerade ausgewählt, diese Person zu sein. Sehr schön. Weg ist sie. Weiter geht's, weiter geht's. Oh, nach rechts, nach rechts. Und wir haben's. Ich denke, wir müssen in das Loch jetzt hier rein, oder? Ein paar der Mords stecken in diesem Zeug da fest. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nur, dass es größer wird. So, wir befragen jetzt erstmal die Person. Sie glaubt nicht an Klinge. Die wird gleich der Wunde erleben. Wow, was hat Klinge gemacht? Er ist Galaxy geworden. Jo, wie cool. Wie cool er aussieht. Oh mein Gott, hat mich die Person erschreckt. Boah, große Aufgabe für Klinge. Die Dimensionen reparieren. Okay, 18 Kopien. Die springen da alle runter. Warte, ich muss irgendeine Kugel nehmen. Ich war schon zu schnell. Ich bin runtergefallen. Ich bin ja so blöd. So, was muss ich machen mit dieser Kugel? Die sollen jetzt mal aufhören rumzulaufen. Ah ne, er meint die Kugel nicht. Er meint die Kugel. Ne, die meinte auch nicht. Was meint er denn für eine Kugel? Ah, da. Ich hab's nicht gesehen. So, her damit. Hebe Kugel. Okay. Dann hier rein. Let's go. Schwerkraft ist weniger. Oh mein Gott, wir haben es trotzdem nicht geschafft. Aha. Wenn du sie zum Meta-Terminal reiten kannst, dann beginnst du, die Anomalie zu reparieren. Okay, wo geht's jetzt rein? Das Meta-Terminal. Das Meta-Terminal. Einen Schritt. Das ist doch schon mal etwas. Ich bin wieder da. Ich hab's Gefühl, als würden die Dinge langsam Sinn ergeben. Ich hab... Ey, für mich machen sie grad immer weniger Sinn. Ne, hat er nicht. Aber ich hab das Problem einfach gelöst, Leute. Und anscheinend war das auch das letzte Rätsel. Okay, weiter geht's, Leute. Weißt du, wofür wir gespart haben? Für die Sniper-Wifel. Her damit. Reichweite 5 von 5. Wenn die jetzt nicht krass ist, dann weiß ich auch nicht. Let's go. Okay, okay, okay. Bitte sagt uns damit so eine Art Zielvisier. Wo haben wir sie? Da unten. Nee, es zieht nicht aus, Namenszielvisier. What? Okay, wir kämpfen jetzt gegen das da oben, oder wie? Das sieht ultra krass aus. Gegen was kämpfe ich? Ich hab oben Grundtors. Ist das das Ding da? Kämpfe ich gegen den? Ah, ich kämpfe gegen den. Okay, das Ding ist ultra krass. Aber es ist halt nicht so ohne richtige Sniper, muss ich sagen. Ich denke, mit den Schmetterbomben... Damit machen wir eigentlich am meisten Schaden, ne? Vor allem Headshot-Schaden. Oh mein Gott, ja, wie viel Schaden wir machen. Schön, zeigt mir den Kopf. Sehr schön. Oh mein Gott, der Headshot-Schaden knallt rein. Okay, vielleicht ist die Sniper krass. Aber gegen diese Waffe kann nix uns... Ich mein, guck mal, wir haben einmal durchgeballert. Und die war schon eliminiert. Stufenaufstieg, let's go. Stufe 3 jetzt schon. Ordentlich. Das ist der Lombax. Oh, 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 oh. Alle weg, die sind alle weg. Alles blau machen. Und wir können voran. Sehr gut, meine Freunde, ich hab euch gerettet. Danke für's. Okay, wir brauchen erstmal ein bisschen Munition. Das war, glaube ich, keine Munition. Das war Heilung. Wir haben 30 AP mittlerweile. Sehr cool. Warte, was kann mit was interagieren? Ach, das da. Aha. Das hab ich vorhin auch grad gelernt. Rüber dahin. So, jetzt bin ich direkt neben ihm. Was sagst du dazu? Unter uns ist auch noch ein Fight. Wir klettern. Ah, nee, ich glaube, wir sollten nicht runterklettern. Aber wohin muss ich? Ah, ich muss hier weiter. Okay, okay, okay. Her. Rüber. Direkt hier. Im Fliegen noch. Oh, ich hab gar nichts getroffen. Rüber ballern. Weg mit ihm. Oh, Level 5 schon. Holy moly. Diese Waffe. Guck mal, wie krass die jetzt sind. Wenn wir uns daran erinnern. Am Anfang, die sind One-Shot, oder? Ich glaub, die sind wirklich One-Shot mittlerweile. Wenn ich dran denke, wie sie am Anfang waren. Wir sind ja so krass hier am Tempo machen. Aber jetzt bin ich auf was, wo ich nicht weiß, wo ich weitermach. Au. Kann ich da rüber? Muss ich da rüber? Ne, hier kam ich ja her. Stop. Ich will rüber. Von hier kam ich. Da sind die. Guck mal, wie One-Shot die sind. Barz, weg mit ihm. Ist hier noch irgendwo jemand da? Sind noch welche? Barz, guckt euch das an. Weg mit ihm. Weg mit ihm aus dem Low-Ground. Okay, ich glaub, da ist ein Riesenschiff. Ich kann da nicht hochklettern. Ich kann auf die andere Seite springen. Wir nehmen die Heilung mit. Äh, die Heilung. Holy moly, da war noch ein Tierchen. Das hab ich dabei mit erwischt. Ach, der hat so Hunde freigelassen, glaub ich. Das ist aber gar kein Problem für uns. Wir machen den da. Oh, oh. Rechts von uns. Wo sind die denn alle? Okay, das Schiff ist noch übrig. Okay, da kommen noch Leute aus dem Schiff. Oh mein Gott, wir schießen fünf auf einmal oder so. Wenn ich gedrückt halte, schießen wir so viel. Holy moly. Also der fängt erst an mit einem. Oh nee, jetzt ist unsere Waffe der. Jetzt haben wir ein Problem. Ja, wir gehen rein in den... Oh, wir gehen mal in die Sniper rein. Okay, die Sniper ist auch... Okay, die macht die One-Shot. Yo. Bist du ready, mein Freund, für eine komplett krasse Sniper? Ich glaube nicht. Irgendjemand wirft mit Granaten. Okay, die sind auch krasser geworden anscheinend. Aber gegen meine Sniper... ...hab ich auch. ...hab ich auch. ...haben sie keine Chance. So, und... Okay, warte mal. Wir müssen trotzdem jetzt wechseln. Schmetterbombe ist aber auch nicht so gut, oder? Die fliegen alle. Ich schmetter mal ordentlich was mit Bomben hin. Aber ich denke, das trifft nix. Wir können ja hier rüber. Jetzt sollten die Bomben eigentlich rein scheppern. Oh mein Gott, ja. Wir gehen rein. Auch leer, auch leer. Oh, wir haben nur noch die Sniper. Okay. Okay, wir haben alle geschafft. Warte, was muss ich machen? Ach, vier, gedrückt halten. Und jetzt drehen. Brücke runterlassen. Ja, ja, ich hab grad was zu tun, mein Freund. So, wir haben's. Auf zur Brücke. Äh, wie komm ich da rüber? War ein anderer Weg geplant, weil... Äh, wir haben's. Danke, dass ihr dabei wart, Leute. Wie es weitergeht, seht ihr nächste Woche. Deswegen lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da, wenn ihr's noch nicht getan habt und euch auf die nächste Folge freut. Und danke fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.